so hi und hallo mal wieder wie ihr seht heute ein neues vierer pack von kinderüberraschung und zwar süße welten und da drin ist noch ein hörspiel gratis von was ist was aber darum geht es mir gar nicht es geht einfach nur darum wie die welpen aussehen zwei welten garantiert und das wollen wir jetzt mal gucken die eier sind in rosa schauen wir doch jetzt mal rein hier seht der beipackzettel vier welten gibt es das ist jetzt erste wollen wir mal zusammen bauen die flügel das ist nun die erste welpen ihr seht nicht größer wie mein finger welpen nummer eins auch wieder dunkel gelb ist da eine zweite welpen passende beipackzettel die vier das ist dieser welte das kommt das ist so eine art gummi und die haare drauf ne falsch so ah das kommt da ganz drum rein ist ein bisschen eng gemacht aber so kann es auch nicht abfallen das ist der zweite welpen ich hoffe ich könnte ihn so erkennen ich werde gleich noch mal ein foto machen und anschließend hinter das video noch mal hängen dass ihr genau seht wie sie aussehen jetzt hellgelb spielzeug nichts wirkliches hellgelb auch wieder nur spielzeug also so das sind die neun vier welpen die es gibt eins und zwei von links habe ich jetzt gefunden das sind sie jetzt ich werde noch ein foto machen anschließend an das video dran hängen und sage deshalb wie immer bis demnächst guckt hin und schaut zu die doch und so Vielen Dank.